Achtung, mein Gott. Oh. Die Riesenspende ist echt gemein. Okay, jetzt mal was ausprobieren. Eisstapel brauchen wir jetzt nicht, nein. Das kommt in die rechte Hand. Und dann brauche ich noch Eichenschel. Oder wie hieß der gleich? Nee, nee. Ah. Ah, vielleicht funktioniert es ja. Nee, ich habe nicht genug Mana, war ja klar. Wieso habe ich denn jetzt ausgerechnet nicht genug Mana? Was ist denn hier los? Was habe ich eigentlich angelegt am Rüstung? Ich habe die unten angelegt, eindeutig. Was ist denn dran? Ach du Scheiß. Also, irgendwie wollte ich das gerade nicht hinhauen. Ich weiß nicht wieso. Das hat übelst wenig Schaden gemacht. Ja, versuchen wir einfach mal unerbittliche Macht. Mal gucken, vielleicht klappt es. Auf alle Fälle funktionieren beschworene Waffen wahrscheinlich erst später. Beziehungsweise wenn Beschwörung aufgeschrutet. Oh, da ist sie wieder. Wo sind die Sofortheilungen? Ah, Schnellheilung. Yay. Ups. Das war die falsche große Spinne. Ah, das ist die richtige große Spinne. Dann das und... Wo bist du? Kerzenschein. Und Schnell speichern. So. Oh, bandier. Eine Fellrüstung. Nicht mehr. Das ist so schlecht. Geißel der Untot. Klingt schon mal cool. Das Geiste wäre eigentlich, wenn man... Keine Ahnung. Gegner so verzaubert, dass der jedes Mal wiederkommt. Aber dann unter eigener Kontrolle. Das wäre richtig cool. Oh oh. Ja, Beschwörung verbessern. Eigentlich muss ich Schutzgeister beschwören. Ja, ich beschwore Schutzgeister. Ich werde euch mit Freuden töten. Hm. Wo sind meine Funken? Hier ist meine Funken. Oh. Nein. Komm, los. Oh. Ich habe ausgesehen einen Schutzgeist getroffen. So. Zum Blick nimmt er das nicht so ganz ernst. Und heilen. Oh, ist der Funken? Hier ist der Funken. Was klemmt denn auf immer? Los, Snoopy. Nein, 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 nein. Ach Gott, Mann. Mein Hund stand der Weg. Oh, das donnert ja richtig down. Oh, verdammt. Weh, die killen meinen Snoopy. Ich habe ausgesehen. Ich habe ausgesehen. Ich habe ausgesehen. Ach Gott. Puh. Ähm. Zaubertränke. Mit Mausrad geht das alles. Interessant. Hm. Hm. Nee. Ja. Ja. Ich will zuerst das nicht sein. Ich will nicht brennen sehen. Hey! Bitte bitte stopp, 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 stopp! Ach du Scheiße! Oh mein ich hab so was für ein Problem gerade. Ach du Kacke, Mann! Okay, wie mach ich das? Ist das echt blöd, du? Oh Gott, Mann! Nein, nein, nein! Ich will nicht verreißen! Ich hasse Hexen! Und die Moral von der Geschichte benutzt dein Schutzgeist nicht. Oh, bitter, 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 bitter! Hier, genau. Nein, 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 nein! Nicht zu mir kommen, nicht zu mir kommen, nicht zu mir kommen. Lasst mich ja in Ruhe. Ich gehöre nicht dazu. Die haben mich entdeckt, na schön, Dank. Okay, mit ein bisschen Glück wissen die nicht, dass ich da bin. Was ist das? Wo seid ihr? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Bitte, 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 bitte. Was seid ihr? Ich werde euch brennen. Oh ja. Das ist eindeutig der richtige, die richtige Kreatur, die man braucht. Oh Gott, Mann! Der Rest ist nur verarschend. Oh! Ihhh, das ist richtig ekelhaft. Shit! Was zum Henker ist grad jetzt passiert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hilfe! Oh verdammt. Okay, ähm, Zaubertränke. Entdeck mich einfach nicht, bitte. Seh mich nicht. Ach komm. Dreck, die kommt immer näher an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Bitte, ich brauch einfach meine Mana. Scheiße. Ich brauch meine Mana. Jetzt ist die tot Was ist ein Fallmeer-Ohr? Ah, das ist so ein Elfen-Ohr Klubbenwald-Elfen-Ohr Oh Mann, gehst du mal weg jetzt Okay Danke Also Hier war ich doch nicht Was ist nur mit diesen Hexen los, ey Das ist echt schlimm Okay Da merkt man gleich wieder Ein besserer Zauber ist einfach besser als mehrere kleine Ein guter Zauber ist besser als mehrere schlechter Genau So Oh Mann, geht's ja noch weiter Ich hätte einfach nicht hierhin kommen sollen Und ich hab was gelernt Äh, schlacht auf dich Und Okay Was müssen wir noch hier Okay, aus Anlässen muss ich mal kurz eine kleine Pause einlegen Wir sehen uns in Kürze wieder Bis dann War nett Ciao So Und danach Wir sehen uns in Kürze Äh, schlacht